Ich habe noch nicht genügend Abonnenten, um ein Kommentare-Kommentier-Video zu machen, deshalb kommentiere ich nun Kommentare, die von großen YouTubern kommentiert wurden. Lizuriax, der ist unter den Top-Playern von Gomme immer, hat unter meine dritte Folge von Fallout Let's Play kommentiert, okay Punkt, wir waren da gerade zusammen im TS, die wollten mich trollen nach einem YouNow-Stream, das ist eine lange Geschichte und dazu haue ich vielleicht mal ein Video raus, wenn ihr Bock dazu habt. Unter dem Video Selbstmord in Fukushima von Maniac, einem wahren Urgestein auf YouTube, das Video wurde unter anderem auch mal wieder für den Webvideopreis nominiert, habe ich kommentiert, womit verdienst du eigentlich derzeit dein Geld, dieses Video ist super und liebevoll produziert, aber von den 12.000 Klicks, die es bis jetzt hat, kannst du doch nicht leben. Darauf hat er dann geantwortet mit, nee von den 2 Dollar, die ich von YouTube dafür bekomme, kann ich nicht leben, das stimmt. Aber darum mache ich auch Videos mit Sponsoren, zum Beispiel zu Kinofilmen oder Smartphones, die sind, hoffe ich jedenfalls, auch interessant. Mimi hat mal in einem Video darüber geredet, dass er auf die Kommentare antwortet, auf YouTube, dann habe ich geschrieben, finde ich gut, dass du auf Kommentare antwortest, viele große YouTuber machen das ja nicht, aber wenn ich ein großer YouTuber wäre, dann würde ich es total geil finden, meine Kommentare zu lesen. Ich finde es halt wirklich spannend, Leute. Ich habe schon erwartet, dass ein Comeback kommt, weil du so viel auf Insta gepostet hast, das war nämlich so ein Comeback nach einiger Zeit, Funkstille auf seinem Kanal. Dann hat er geschrieben, ja ich kann dir sagen, dass die meisten großen YouTuber ihre Kommentare lesen, zumindest die meisten, denen ich begegnet bin. Warum die nicht so viel antworten, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass halt einfach viele Kommentare richtiger Rotz sind, so diese Kommentare, so Top-Comment-Kommentare mit so schlechten Witzen oder sowas, da hätte ich auch keinen Bock, was drunter zu schreiben, das würde ich nur bloggen. Vielleicht, wenn ich ein großer YouTuber wäre. Nerdkultur ist ein saugeiler Kanal, Leute. Wenn ihr irgendwas mit Comics oder Star Wars oder Kino am Hut habt, Game of Thrones auch, dann solltet ihr auf jeden Fall seine Videos schauen. Und der benutzt halt immer in seinen Videos Filmmaterial von den aktuellen Filmen und ich habe mir gedacht, das passt doch nicht mit den Copyrights und dann habe ich ihn gefragt, wie kommt es, dass du immer das Filmmaterial benutzen darfst und woher hast du es? Er hat mir geantwortet, Presseserver, worauf ich ihn gefragt habe, bist du ausgebildet oder beruflicher Kritiker? Am Ende von dem Video hat er nochmal an irgendeine Schauspieler-Legende oder so erinnert, da habe ich dann geschrieben, sehr edel von dir nochmal an seinen Tod zu gedenken. Dong Kim weiß es scheinbar besser als ich und hat mich darauf hingewiesen, dass er Filme studiert. Er selbst hat mir dann geschrieben, ich bin Cutter. Dong Kim hat sich dann wohl doch nicht so gut ausgekannt und wurde nun erleuchtet und schreibt, ach so. Und ich schreibe, cool. Northridge ist der erfolgreichste Software-YouTuber der Welt. Der macht sehr gute Software-Gameplays und ich spiele halt auch Software, deshalb schaue ich ihn. Der wollte halt wissen, was er so in nächster Zeit produzieren soll. Dann habe ich ihm geschrieben, I like the Vlogs and the Gameplays, but some How-To-Videos would be great. Und er hat mir geantwortet, Fangs Planned. Primix, das ist so ein richtiger Bastard, schaut euch mal dem seine Kanalseite an, da kriege ich dieses Kotzen von den ganzen roten Pfeilen, Alter. Der hat so ein Video gemacht, Nacktbilder von Katja Krasowitsch, unzensiert. Und dann habe ich mir gedacht, ach so ein Hurensohn, erstmal drauf gehen und dies lag in das Save-Clickbait. Dann war es das auch Clickbait. Woraufhin ich dann kommentiert habe, Junge, das Thema ist mir scheißegal, aber für so ein Clickbait hast du dir ein Dislike verdient. Das hat ziemlich Anklang gefunden unter den Zuschauern, sodass ich 41 Likes generieren konnte. Äh, zum Beispiel Brian Dutcher schreibt direkt darunter, hast recht. Den Kommentar hat er mittlerweile übrigens gelöscht. Der ist scheinbar so durch seine Top-Comments gegangen und hat alles gelöscht, was ihm so nicht gefällt, weil das halt richtig offene Kritik ist. Ist natürlich der übelste Bitch-Move und ich würde jetzt eigentlich an euch appellieren, schaut ihn nicht, gebt ihm keine Likes. Aber ich glaube, meine Zuschauerschaft gibt sich mit solchen Drecksknechten sowieso nicht ab. So Leute, jetzt erstmal wieder herunterkommen. Ähm, Surface Studio, der hat so ein Video gemacht zu HitFilm4Express, ein Tutorial. Das ist ein sehr geiles Schnittprogramm, das habe ich mir jetzt geholt, das ist kostenlos. Wenn ihr YouTube macht, solltet ihr das mal ausprobieren. Und dann habe ich halt kommentiert, extrem cool, thank you, weil ich halt auf der Suche nach einem gescheiten Schnittprogramm war. Und er hat dann auch thank you geschrieben. Tadeus, der hat damals so richtig schlechten Content zu Anime gemacht und, ähm, den hatte ich eine Zeit abonniert, dann habe ich aber aufgehört, weil mir der Content, der, der wurde halt steigend schlecht. Äh, jetzt hat er seinen Kanal aber umgekrempelt, macht neue Videos, könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist so, äh, ein bisschen psychologisch so. Und weil er halt immer so langsam spricht in seinen Videos, habe ich geschrieben, red mal bitte ein bisschen schneller. Und er hat geantwortet, ich muss halt überlegen, was ich sage. Theo, der hat mittlerweile die 100k geknackt, Props an ihn. Den, äh, schaue ich schon seit er 15k oder so, hat schon seit über zwei Jahren. Äh, der macht Comedy-Videos, recht abgedreht, ist ganz lustig, könnt ihr mal vorbeischauen. Hab ich geschrieben... Ich sag die ganze Zeit, so könnt ihr mal vorbeischauen. Ähm, dem habe ich geschrieben, äh, als er seinen neuen Spielfilm angekündigt hat. Er hat schon drei Spielfilme jetzt gemacht, die sind, äh, auch ziemlich gut gemacht. Alle so über eine Stunde, könnt ihr auch mal, können wir mal vorbeischauen. Ähm, und der, dem habe ich dann geschrieben, warum, Theo, bereitest du uns auf den Film vor? Produzier ihn, lad ihn hoch und bam, alle sind geflasht. Also, dass es dann so überraschend plötzlich, bam, ist der Film da. Äh, daraufhin hat er dann geschrieben, bisschen Probe machen, damit ihn sich mehr Leute anschauen. Die ganze Arbeit soll sich auch lohnen. Und da hat er auch recht, das hat er sich wirklich verdient, so viel Arbeit, wie er da investiert. Theo macht auch so ein Format, das ist wie Ali Tells, da war ich mal drin, zeig ich euch mal den kurzen Ausschnitt. Heißt du wirklich Martin? Nein, ich hab nur irgendeinen willkürlichen Namen gesagt. Ich hab doch immer wieder andere Namen angenommen und plötzlich soll das nicht mehr klar sein, oder was? Am besten nennen wir dich ab jetzt Martin. Boah, sag bloß leise. Das Video ist jetzt auch schon so anderthalb Jahre oder so her, da hab ich mich mega gefreut, weil ich halt schon immer in so einer Kommentar, äh, Kommentiershow dabei sein wollte, als Kommentar. Jetzt sind wir erstmal fertig, Freunde des Films, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von, ähm, den beiden Videos gehalten habt. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Ciao.